I've had enough of danger In the whole streets Müller-Düchenes, guten Tag. Grüß Gott, Frau Müller-Düchenes, hier spricht Wulzinger. Ja, die Mutti von Karsten. Sie, ich wollte den Karsten gern für morgen von der Klavierstunde abmelden, weil wir fahren nämlich mit dem Auto nach St. Ann. Das müssen Sie dann aber leider trotzdem bezahlen, ja? Moment mal, da sehe ich gerade den Nagazin Gottschalk im Fernsehen. Wissen Sie, ich gucke mir sowas gar nicht an. Wissen Sie, das interessiert mich alles gar nicht. Was für einen Kanal haben Sie gesagt, war es? Zwölfer. Ach, jetzt habe ich das gerade, habe ich das reingekriegt. Ja. Nee, da sitzt er in so einer ... Jetzt sieht er sich aus. Nee, also ich muss sagen, ich finde das sehr befremdlich. Also ich finde es sehr appetitlich. Nein. Also finde ich gar nicht, muss ich sagen. Nein, sehr, also sehr, bei mir, also Recht ist, äh, Recht ist, das war sehr deutlich. Also nicht, also mir war das zu, also mir war das jetzt zu deutlich, muss ich sagen. Das ging jetzt also schon in den Bereich, wo ich sage, das, das muss man nicht mehr zeigen im Fernsehen. Also mir hat das jetzt recht gefallen, muss ich sagen. Gell? Also wenn mal ein Mann kommt, also, der muss auf den Drehtisch. Gell? Wiederhören. Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Ü归ingricht